Heavy Rain Liebe Freunde, es ist Zeit für Heavy Rain, um genau zu sein, für den elften Teil mit Heavy Rain. Was hast du schon gesagt? Diesem, wirklich Spiel. Ich würde sagen, es ist eher so eine Art Spillen. Ein Spillen, genau. Oder ein Viel. Ein Viel oder ein Spillen. Oder sogar ein Vielspillen. Vielspillen. Ja. Wahnsinn, es ist wirklich ein Spielfilm. Oder ein Filmspiel. Das ist ein Filmspiel. Das ist ein Filmspiel. Ist es aber schon ein Filmfestspiel? Nein. Ich muss ja sagen, die Geschichte gefällt mir eigentlich ganz gut. Also die überbordende Geschichte. Überbordend. Also die umrahmende Geschichte. Die gefällt mir ganz gut. Mit diesem Killer und so ein bisschen Saw mit drin. Also sprich, man muss Prüfungen machen. Genau, man muss so Prüfungen machen, um zu seinem Ziel zu kommen. Und die sind ein bisschen sadistisch und ein bisschen gefährlich. Nur der kleine Knirps mit dem Dreier anfühlen. Nur der kleine Knirps mit dem Dreier. Der kommt vielleicht noch. Am Ende ist es so ein ganz kleiner, das ist so eine Puppe, aber anstatt diese komische Saw-Maske sitzt da, ist da ein Gesicht von David Cage. Der sagt, ich möchte einen Film mit dir spielen. Photoshop-Leute da draußen. Ich möchte bitte den Saw-Typen mit dem Gesicht von David Cage, wie er sagt, ich möchte ein Spiel mit dir filmen oder ein Film mit dir spielen. So. Nein, also an sich ist die ja schon ganz cool. Ja, ist ganz nett. Ja, ist ganz nett. Die Charaktere sind manchmal ein bisschen nicht nachvollziehbar, was sie so tun und wie sie so handeln. Ich finde ja dreiviertel der Charaktere keinen Knackarsch. Das ist schon mal ein riesiges Minus. Ja, Manko. Und ich sag dir, den Charakter, mit dem wir jetzt in den elften Teil einsteigen, der hat auch keinen. Der hat auch keinen. Der hat... Jetzt dürft ihr dreimal raten, welcher Charakter das ist. Ihr werdet es gleich sehen. Denn wir springen rein, ihr wisst ja, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, im Regen auf einer Golfanlage. Weil das ist das letzte Bild, was ihr so gesehen habt. Wie einer so... Golfschlecht. Um genau zu sein, auf einer sogenannten Driving Range. Ach, das hast du sehr gut gemacht. Wie du das gesagt hast. So eine sogenannte Driving Range und die Leute wirklich nur ihren Abschlag übeln. 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 Sogar verschiedene Stockwerke. Ja klar. Er grinst da. Das ist der übrigens glaube ich, das ist der Origami-Killer. Nein, das ist der... Ja, aber das ist der Vater von diesem Vordi Kramer glaube ich. Guck mal, wir haben bisher was gekriegt, das haben wir jetzt hier. Das war ich nicht. Das ist laufen. Ich kann laufen. Das ist er nicht. Komm hier du. Du bist der Origami-Killer. Warum hat er seine Hüfte da so eng dran gepresst? Naja, damit sie das ordentlich machen können. Das unten, also das sieht aus. Damit sie vor allem die Hüftbewegung und so. Kann ich nicht einfach auch Golf spielen? Ja, geh einfach auch Golf spielen. Möchte bitte Golf spielen. Schönen guten Tag, ich möchte bitte Golf spielen. Kann ich hier runterfallen? Das wäre so lustig. Der kennt mich. Oh Gott. Was hat er in der Hand? Kleine Hüfteis. Er ist ein Illuminat. Deine Mutter ist ein interessanter Sport. Would you care to hit a few balls with me? There is no danger of damaging the greens here. Okay. Take off the jacket. Grab a club. Was mache ich? Du schießt es ein bisschen mit dem Golf. Juhu. Siehst du das eigentlich? Warum guckt der mich so an? Naja, du hast gerade dein Jacket ausgezogen. Findet der mich fett? Oh Gott, er wird nicht fett. Nee, nee. Die balls are in my pants. Ja. Balls are in the pants. Das ist kein Pässe. Naja, so ein halber. Das ist ein halber Corp. Das ging aber schnell. The most important thing is to grip the club correctly. Wie beim Pull-on. Oh Gott, ey. Der ist hier voller Kanöne. Aber, ach, ach, ach. Fünf Finger eingeklemmt. Und, ach. Bam. Du bist... Strike one. Nee, war falsch Sport. Falscher Sport. You seem to have a neck for it. Knack. Du hast auch ein Knack. Beginn aus Knack. Das ist nicht so gesprächig, ne? Nee, wir wollen ja nicht. Du hast mich hier nicht nur geholfen, Mr. Craig. Ach, er wurde eingeladen. Genau, weil er seinen Sohn quasi verhört hat. Ich höre, dass du Fragen hast, über meinen Sohn. Wie wo deine kleine Kröte war. Und ich hinstellen. Hörnis. Greifen. Hörnis. Und. Hörscher. Tausend Meter. Ja, tausend Meter. Okay, also der Sohn hat nichts damit zu tun. Meine Investigation. Boing. Alle, die sind drei. Oh, was ist es? Jetzt muss ich anders machen. Du hast es schon gelernt. Du hast es schon ordentlich hingestellt. Jetzt hast du auch scheiße geschlagen. Ich bin ein influentialer Mann, Mr. Shelby. Und ich bin sehr gut. Ich bin ein influentialer Mann. Was? Soll ich bestech? Oh, cool. Nehme ich. Kannst du es annehmen? Ja, ich möchte bitte. Bitte Geld. Und dann wurde ihm klar, dass es gar nicht... ...die... ...detektive Shelby ist, sondern ein... ...das Seeungdeheurer von Loch Ness. Have a nice day, Mr. Kramer. Das war so die sinnloseste Unterhaltung aller Zeiten. Aber echt. Das hatte man auch nicht auf dem Golfplatz. Warum war das auf dem Golfplatz? Genau. Wenn man der David Cash sagen konnte, guck mal, wir können auch Golfplatz. Ich habe auch ein Golf-Spiel gemacht. Ich bin der neue Tiger Woods. Und reiche Männer spielen natürlich immer Golf. Das stimmt. Ich stelle nicht drauf. Mist. Gut gemacht. Press the indicated button, repeat the... Hast du einen neuen Bonus unlocked? Ne, hast du ihn nicht mehr. Eigentlich schon, weil ich so gut gespielt habe. So, stay. 3.06 Ingers. So, jetzt geht es dahin, wo du... ...wo du die nächste Adresse sozusagen... ...und die Polizei sind nicht sehr gut. Wenn ich mich da noch frei bewegen kann... Ne, ne. Oh, ne Maus. Das ist ne Ratte. Oh. Ne Ratte. Das ist ein Maulwurf. Das ist ein Maulwurf. Na wegen... Na ja. Das ist ne Schlangen. Gummischlangen. Cool. Irgendwann kommen ne echte Bestimm. Porzellan-Lizards? They look new. Out of place with the rest of this old beat-up stuff. Haus kaputt. Haus kaputt. Smash it! I threw it on the ground! Voll, voll Kanone. Okay, das nächste. Oh! Ah, da ist was drin. I threw it on the ground! My dad's not a cell phone! Ach, the lovely island. Happy birthday to the ground! Ach, das war's. Das hast du schon alles gefunden. Ja, du hast das gefunden. Das gleiche zweite war's. Nicht irgendwie einer von denen... Ah, verkackt. Du kannst die Tür nicht öffnen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist bestimmt ne Überraschungsfeier für ihn. Ja. Alles Gute zum... Supplies! Supplies! So geil. Welche Film ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ist das so einfach nur ein Gag? Ja, aber irgendwoher muss das ja... Das ist ja nicht alles Internet... Das ist ja nicht alles Internet-Gift ausgetaucht. Aber das ist so lustig. Ich hab so gelacht, als ich das das erste Mal gesehen hab. Vor allem, weil man da ja auch nichts hört eigentlich. Nee. Aber man kann sich das genau vorstellen, wie die das sagen. Die sagen Supplies! Supplies! Oh, ist so lustig. Gott, ihr wisst gar nicht von... Are you prepared to suffer, to save your son? You have five minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. Irgendwann, der Finger... Welchen wirst du nehmen? Den Daumen? Den kleinen, natürlich. Warum? Mit dem kleinen... Das ist wie der... So, das gehst du mal dann, wo... Wo es... Was die Segen gibt. Cutting... Cuttingmaterial gibt. Ich gucke mir das noch mal an. Keine Schmerzmittel? Schade. Ne, da war was. Das ist ne Schere. Können du nach oben gehst? Ne, ging's jetzt gerade. Egal. Gerade ging's nach oben, ne? Komisch. Okay, Schere nicht. Dann in die Küche. Komm schnell. Du hast fünf Minuten. Was ist das? Oh, Penn Killer. Ne? Siehst du? Penn Killer. Geil. Wie kann ich mir die jetzt reinpfeifen? Wenn du dich hinsetzt, kannst du dir die reinpfeifen. Genau, stellst du hin. Schneller. Du hast nur noch 4 Minuten 40. Was soll ich denn nehmen? Die Schere ist... Hä? Das will ich denn natürlich gar nicht machen. Da kannst du draufbeißen. Oh, das ist auch gut. Schade nach oben. Hoch. Ach, fällt das. Leg's hin. Wenn du es auf den Tisch legst, dann... Genau. Du hast vier Minuten und 30 Sekunden left. Cool. Was ist das? Das ist eine Säge. Das ist... Wenn ich dir raten darf, nehm ich ein scharfes Messer oder sowas. Ja, nicht... Na, zum Beispiel, das ist gut. Das ist gut. Damit würde ich es auch machen. Muss ich mich auf den Tisch legen wieder wahrscheinlich? Äh, da ist ja nicht noch irgendwas, wo du deine Wunde dann kautorisieren kannst oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gab es auch noch irgendwas. Aber guck noch mal schnell, ansonsten machst du es jetzt dann einfach. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Guck mal, was das da ist. Geh mal da hin, Mensch! Alkohol kannst du auch betäumen? Das ist immer gut. Ne, halt was? Das ist auch betäumen. Oh, schlaps, Schmerzmittel, das wird die perfekte Party. Und ein kaputter Finger. Okay, eigentlich rein passt jetzt alles, was du brauchst. Guck doch noch, haben wir noch genug Zeit. Dann wasch ich mir noch ein letztes Mal alle Finger. Sehr gut. Okay, alles klar. Na dann. Huh. Was geht's los? Das ist doch ein Scherz, oder? Nein, nein. You have four minutes left. Und Rückenschmerzen habe ich auch. Guck mal hier. Da liegt noch was auf dem Boden, was du benutzen kannst. Anderes Messer. Oh, das ist zum Draufbeißen. Warum ist das zum Draufbeißen? Äh, ja natürlich, die Eisenstange hast du zum Kautorisieren. Nein, das musst du irgendwie heiß machen. Du hast deine Eisenstange. Diese Eisenstange, dieses Rohr hast du ja aufgesammelt zum Kautorisieren. Das heißt, da musst du... Muss ich das erst heiß machen, oder? Kann ich mich hinsehe? Das stimmt allerdings. Ich glaube, das musst du... Genau. Das musst du da nehmen, an dem... Ja, ja, genau. Woran man hier alles denken kann, Mensch. Das ist ja wahnsinnig. Wow, hier. Und das fass ich jetzt einfach so... Ach so, gedruckt worden. Fann ich das einfach so an, oder was? Oh, halt. Okay, alles klar. So, jetzt kann es losgehen. Schnell. Ach, oh, sehr fungelt. Okay, alles klar. Dann geht es los. Willst du es einmal aufzuglühen? Dann geht es los. Okay, was schreifen wir uns als erstes rein? Erstes Betäubung. Erstmal Schnaps. Erstmal Schnaps, dann Pillen. Ohne, ich spüle die Pillen damit dahinter. Okay, erst die Pillen. Ich habe gar nicht geguckt, was das ist. Vielleicht ist das ja Gift. Wie geht das? Ach, desinfizieren. Nur das war nicht schlecht. War auch nicht so. Dann Alkohol zum Betäuben, logischerweise. Ja. Alkohol, richtig fetten Schluck Alkohol, komm. Komm hier, schön ein aus der Pulle. Prost. Zum Wohl hier, Ethan. Mensch, auf auf diesen fröhlichen Anlass. Das ist wieder zugedreht. Du hast nicht getrunken. Das war aber Quatsch. Ich wollte das ja trinken. Du stillst nicht mit uns an, so ein Arsch. Wieder zugedreht. Was muss ich denn machen? Ach, nach oben. Ach so. Okay, alles klar. Ein Schluckchen. Komm nochmal. Schießen uns richtig ab hier. Naja, du musst es auch dann irgendwann noch ordentlich können. Also nicht, dass du dir dann außerdem drei Finger absäbelst. Einen Schluck geht noch. Jawohl. Jetzt ist es auch ruhig, hast du gesehen. Wackelt nicht mehr so. Das ist richtig gut. So, jetzt das Ding in den Mund nehmen. Hier. Alter, du bist so getrunken. Yo. Ich bin so besoffen, es macht schon Spaß. Jetzt kommt das Ding. Das müssen wir dann zum Kautorisieren. Warum ist es dann? Alter. Aber das ist schon, wie gesagt, da muss man wirklich sagen. Warum muss ich langsam nach oben? Mach mal langsam nach oben. Was? Do it. Do it! Du bist seltsam. Ich habe mich nur geschnitten. Was muss ich machen? Was soll ich mir dafür sagen? Ich mache es ganz langsam, damit die es auch sehen. Was muss ich machen? Du musst jetzt schnell drücken. Ja, natürlich. Ganz... Komm, du hast doch allen gesoffen. Tu doch nicht so. L1. L1. Und jetzt. Zacka. L0, 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 L0. Haha, ouch. So, jetzt hin und dann kautorisieren die Scheißwunder. Das tut jetzt nochmal richtig weh. Ja, super, ne? Das tut zweimal weh, die ganze Scheiße. Und jetzt brannt. Der hat direkt die Hütte. Zum Glück habe ich mir meine Tetanus-Info vorher abgeholt. Ja, das ist wirklich schön gut. Das muss man wirklich sagen. Ich hätte ein Littlchen ja genommen eigentlich. Aber der hätte ich dir so gezeigt. So, under the desk ist es jetzt. Also, du musst jetzt hin und dann. Was? Ach, under the desk. Das hätte ich gleich sagen können. Das ist schon hart. Das muss man wirklich sagen. Das ist schon nicht hart. Ach, der ist jetzt. Ach, cool, Leo. Ja, das ist ein Luch. Also. Also, Sean lebt immer noch. Wir haben die dritte Prüfung geschafft. Das ist Roosevelt Drive. Ja, das ist ja, klar. Okay, das war's. Gut gemacht. Ein paar Anläufer hast du gebraucht. Ja, ich hab's versucht langsam durchzusegen. Hat nicht so geklappt. Nee, sowas musst du schnell machen. Also, du kannst ja auch richtig fies machen. Mit der Säge wäre es ja richtig fies geworden. Oder mit der Schere. Mit der Schere wäre es ja richtig gemein gewesen. Also, es ist, also, mit Messer, finde ich schon, also, es gab noch, glaube ich, eine Zange. Ich glaube, es gab noch eine Zange. Ich weiß nicht, was am besten ist, aber ich glaube, das Messer, das ist schon Goldfinger. Finde ich hier sehr schön. Die Trophäe. Aber das ist schon relativ, also, so ein Messer ist schon relativ safe. Also, übrigens, man kann sich seinen Finger selbst kreiterisch abbeißen, so wie wenn man so eine Karotte durchbeißt, aber das Gehirn zeigt einem, das ist nicht, solltest du nicht machen. Solltest du nicht machen. Kluges Gehirn. Ich weiß nicht, wie sie ihm übrigens da hinfolgen konnte, weil es ist ja, also außer sie hat sich das, aber sie hat sich das ja eigentlich nicht angeguckt. Wir haben zwar in die Box geguckt, aber vielleicht hat sie ihn einfach verfolgt. Das kann natürlich sein. Das ist ja auch ganz schön spät da. So, was sind die Gedanken? Ach, Gedanken haben wir auch noch. Eason! Low profile. Die Töpfe kennen mich nicht. Ich könnte nur in das Gebäude gehen, ohne es zu bemerken. Okay, jetzt musst du da rein. Ethan! Ethan! Es ist aber auch total unverdächtig, wenn du in so einer... Ja, genau, in so einer abgefuckten Bude. Es steht Sting und... Und alle... Wait for a go on my word. Hey, du kannst was machen, lieber. Was denn? Was soll ich machen? Kann ich ihm eine? Soll ich den Typ verbarrikadieren? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hey, guck mal, wir drücken rein. Ah! Oh mein Gott. Und... Alter, oh nein. Jetzt räumst du alles zur Seite. Ich bin Tine Wittler. Ich wollte gerade sagen, das Bulldozer von Bodo. Female Bulldozer. Weil die sich noch die Zeit nimmt. Schnell die Hände. Los, Ethan. Wir müssen da raus. Shit. Shit, I'm too high. Ich meine, du kannst ja irgendwas zum... Da muss ich irgendwas nehmen, ne? Wie wäre es denn mit dieser feinen Box? Die ist schon so... Sehr, sehr, sehr... Dominik, ausbrechende Künstler, glaube ich. Ja. Also, wirklich. Oh, da kommt der Hinterlobber zum Kildo. Two men at the door, hold your positions. It's a go. Ah, nee, hoch. Hey, wie war's go? Wir kommen schnell nicht so an hier. Hoppada. Come on, let's go this way. Schnell, 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 schnell. Ja, mir soll es nicht liegen. Aber hier, Clubfuß ist so... ...so lahm. Schnell, 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 schnell. Du schaffst es. Trinken die noch einen Kaffee vor, oder? Ja, ja, die trinken noch einen Kaffee. Voll nett. Voll nett von denen. Und... Bäm. Keine Chance. Bist... Bist weg. Jetzt muss gerannt werden. Come on, quick! Come on, quick! Put your hands in the air and wave them like it just don't care! There's a man and a woman exiting the alley. Woman? Shit! It's that girl who went in. Everybody downstairs, they're in the alley. Follow them! Äh, was? Achso, sagen wir sie, woher hin? Subway, stay sure! Kann ich nicht in den Großer Rie laden? In den Großer Rie laden? Der Großer Rie laden. Och, komm, oh, hallo. Der kann sie gar nicht so schön mit ihrer Hüfte schwingen, wenn der da dran hängt. Da geht's nicht mehr. Da geht's nicht mehr. Dommel! Du hast voll verkackt. Hab' ihn voll ausgeliefert. Ey, du hast voll verkackt. Ich hab' ihn voll ausgeliefert. Du hast ihn wirklich ausgeliefert. Das war wirklich... Das war wirklich das Schlechteste. Du hättest doch einfach gerade gehen können. Da ging's nicht gerade. Natürlich ging's doch gerade. Nein, da war keine Lücke. Du bist der Schlechteste. Nein. Hier, Ethan. Ich helf' dir. Oh, du bist richtig... Das war richtig schlecht. Ach, da war keine Lücke. Du bist richtig schlecht. Außerdem ist es sehr gemein, dass dann einfach so ein Polizist um die Ecke kommt und vorbei ist. Ja, stimmt. Das ist ja wirklich echt gemein. Dass wenn du verfolgt wirst von Polizisten, dass die einfach so dich umzingeln können. Nein, da können die doch um jede Ecke kommen. Da hätt' ich ja überhaupt keine Chance gehabt. Du hättest es aber schaffen können. Wieso? Hätt' ich wieder Katarmer gestellt. Du hättest es aber schaffen können. So viel kann ich dir sagen. Ja, hab' ich auch nicht. Das stimmt. Jetzt krepiert Ethan Maas in der Verlies der Detroiter Polizei. Wo ist das? Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt er spielt. Das kann ich dir grad gar nicht sagen. Hände hoch. Diese Trophäe verdienen. Kann sie nicht so schlecht gewesen sein. Na, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin nicht hier, um dich zu beurteilen, Ethan. Ich versuche, das Leben von deinem Sohn zu retten. Wir haben noch Zeit, aber es ist weg. Hilf mir, Ethan. Erzähl mir, was du weißt. Erzähl mir, was du weißt. Entstanden? Sincere? Trust? Giltrip? Ich versuche, dich zu helfen. Ich will nur verstehen, was passiert. Aber du musst mir vertrauen. Sie sehen gleich aus, ganz ehrlich. Ja, die sehen überhaupt nicht gleich aus. Was hast du denn? Bist du so ein Mensch, der sich keine Gesichter merken kann? Da gibt es so eine Krankheit. Ja. Blindheit. Was habe ich denn gedrückt? Du bist aber echt von I'm trying to help you to Du bist so ein Arschloch. Das habe ich aber nicht gedrückt. Das ist dein Sohn, Ethan. Das macht aber auch gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Notivtechnisch. Wie gesagt, äh... FBI ist schon ein bisschen blöd, oder? Nee. Ich weiß, wer blöd ist. Weißt du, soll ich sagen, wer blöd ist? Der wird Cage. Ja. Schaut er wieder auf. Ist er wie ich? Warum sie denken, er ist der Killer? Seinen eigenen Sohn umbringen? Vor allem als letztes, als achtes. So ein Quatsch. Was? Was? Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber der einzige Weg, um ihn zu finden... ... ist, mich hier raus zu lassen. Ich bin die einzige Person, die ihn schützen kann. Tja. Äh... Aber ich will doch gar nicht... Nein... Ich will das nicht. Ich will sagen... Aha, hast du recht. Okay, tschüss. Nein, 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 nein. Das macht Sinn, Ethan. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Jason! Jason! Sean ist going to die. Jason ist going to die. Wer ist Sean? Ach ja, dann kann er sterben. Bring ihn um. Das ist so geil. Du kannst irgendwas drücken. Also tu es. Ich hab keine Gedanken. Ich hab keine Gedanken. Willst du rausgehen? I told you, I don't know. Ne. Even if he is a killer, that doesn't give you the right to beat him. Who started you on, Robin? Die selbe, die selbe Sache. Schon wieder. I'm defending the law. 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 Do you hear me? No rights at all! Vergiss es. Das war so ne Frauenbewegung. Ja. Interven. Threaten. Der arme Kerl, weißt du. Verbrannt. Unter Strom gesetzt. Glas. Geht er wieder weg. F***. Du sagst mir, was ich... Carter, stop. Ich werde dich für das reporten. Geht's. 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 Vor allem. Wie er schon mit dem dritten Typen verkloppt. Er ist ein Mörder. Er hat überhaupt kein Recht auf irgendwas. BAM. Aber jetzt. Jetzt. Aber jetzt. Umso mehr. Jetzt. Was muss ich jetzt machen? Drück drauf. Geh in den Raum, in den Überwachungsraum. Geh in den Überwachungsraum und schalte die Kamera ein. Gute Idee. Du bist so klug. Mach dir. Geht nicht. Die sind doch gar nicht da. Hä? Bist du in den anderen? Vielleicht war das ein anderer Überwachungsraum. Ich hab mich voll auf. Wo komm ich denn her eigentlich? Komm doch von. Da. Ja, das war doch der. Scheiße. Wo ist sie denn hin? Sind sie die verschwunden? Äh, Perry. If not the way it's gonna go, I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. Captain Perry's da. I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. I'm gonna tell on him. Da. Blake is trying to beat a confession out of Ethan Morris. You've got to do something. Which is more important, Norman? Finding little Sean Mars or sparing that lowlife a few cruises. You can't make omelettes without breaking your mind. Das ist so, das ist so, das ist offenbar so ein Klischee. We've got to get back to looking for Sean if we'd have any chance of finding him alive. This case has worn you out, Norman. You need some time off to think it through. Er kann sich als Ethan Morris verkleiden. Weil du denkst, dass er aus wie... Die sind eigentlich so ein... Die können Zwillinge sein. Don't take... Take it. Don't take it. Okay, du nimmst das. Ja, natürlich. Oh, ich hab... Hab nächster Ball. Du nimmst das. Das ist also abhängig. Na klar. Du hast doch vorher... Beim letzten Mal hast du es geschafft, ohne Drogen zu nehmen. Ja, aber da bin ich fast kapiert. Jetzt geht's mir viel besser. Jetzt hab ich nämlich Superkräfte und jetzt kann ich ihn umbringen. Aber das war jetzt schon krass. Ich dachte, wir können in den Raum und die Kamera anstellen. Und dann waren die einfach weg. Ja. Verschwunden. Er hat so hart zugeschlagen. Der hat sich beide in Luft aufgelöst. Antimateria, Antimateria. Du siehst mal, hast deine Brille auf. Na klar. Und ich muss düng machen und dong. Und dong. Und dong. Ding. I've been looking for free. Ja, am Arsch oder was? Was für'n Scheiße? Guitar Hero. Klavier Hero. Piano Hero. Warum muss ich denn jetzt hier... Das geht doch gar nicht. Piano Hero. Piano Hero. Sehr gut. Du hast doch fast... Ohne... Und wem würde das stören, wenn ich mich jetzt nicht verspielen würde? Hier ist doch überhaupt niemand. Was soll denn das? Hör auf! Aber, hey! Respekt, mein Freund. Respekt. Ja? Der Tapalono. Der Tapalono kriegst ein Drink. Ich werde eingestellt, du als Pianist. Ich werde eingestellt, du als Pianist. So. Vodka. Vodka. Wo ist er vor allem? Woher weiß er das? Problems? Achso, er hat die Brille auf. Das stimmt. Er war... Also, er hat die Brille auf. Da hat er die Brille auf. Das stimmt. Aber es macht einfach nicht Sinn. Er hat die richtige Welt. Er hat die Psychologische Profile nicht gefällt. Und auch die Geolocalisierung. Ich kann nicht diesen Vater schreien acht Begriffe bevor er seinen eigenen Kind schreien. Ja, stimmt. Mars ist nicht der Aragami-Killer. Er hat mir mein Leben auf. Ich sage es. Dann wer ist das? Ich habe die feinste, scheinste Idee. Das stimmt. Vielleicht sollte man sich anschauen. David kennt sich selbst den Aragami-Killer. So. Das stimmt. Das stimmt. Oh, eine letzte Sache, Sir. Wie erzählt er das alles? Du solltest bemerkend nicht überzuhalten in du-know-what. Oh, Mann. Es kann gefährlich sein. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Es ist schwierig. Aber es ist schwierig. Ja, weil es so klein ist der Brille. Es wird eine virtuelle Welt und die Gläser ist so cool. Das wäre die größte Gefahr, Sir. Ja. Warum hat er ihm Wodka gebracht? Also ein virtueller Wodka sozusagen. Ist das... was? Das ist doch nicht wirklich ein virtueller Wodka. Ich sag dazu nichts. Hat er die Brille auf? Jetzt hat er die Brille auf. Jetzt ist nämlich Ari on. Und wir sind immer noch auf dem Mars. Wer kennt es nicht? Eigentlich sitzt man so da und trommelt auf dem Mars auf einem Schreibtisch da rum. Ist ja eigentlich Zufall, dass es Ethan Mars ist. Oh, Gott. Wir sind auf dem Ethan Mars. Und damit fängt es wieder an, auf dem Mars zu regnen. Überraschenderweise. Komisch. Und damit ist dieser Teil auch schon wieder verkorkst. Äh, vorbei. Ja. Es gibt einiges, was wir gemacht haben. Wir, äh, haben uns den Finger abgeschnitten. Was man halt so macht. Was man halt so macht. War eine coole Party. Das stimmt. Also das ist wieder eine der coolen Szenen. Wirklich eine der sehr guten Szenen. Weil die wirklich auch in die Story reinpasst. Die macht ja auch wirklich... Also die ergibt ja auch wirklich Sinn innerhalb der Story. Du machst ja diese ganzen quasi Prüfungen, um deinen Sohn halt zu finden. Was halt zum Beispiel nicht Sinn macht, ist... Dass der Polizist plötzlich aufgetaucht ist. Erstens das... Das war Quatsch. Das war doof, weil Dominik einfach in die falsche Richtung ist. Nein. Ähm, was zum Beispiel gar keinen Sinn gemacht hat. Oder wahrscheinlich auch für später gar keine Rolle mehr spielt, war diese Golfgeschichte. Ja. Also kann ich ja gleich sagen. Das spielt glaube ich für später überhaupt keine Rolle mehr. Äh. Aber ist, äh... Die Verfolgungsjagd war jetzt ganz schön. Sie ist relativ abrupt geendet. Weil, wie gesagt, da kam der Polizist um die Ecke. Wer auch. Und dann ist das beim Verhör, ist der Verhörende und derjenige, der verhört, wird einfach verschwunden. Einfach so. Das... Einfach nur, weil David Cage das gesagt hat. Verschwindet hier. Das wäre ja rein theoretisch auch total logisch, wenn er sagt, ey, ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Klag dich an, du, äh... Gewalttätiger Polizist. Ja, mit welchen Beweisen denn? Wie willst du das beweisen? Und dann, ja, drückst du auf die Kamera. Ja. Das ist eigentlich auch plausibel. Deswegen... Schade. David, warum ging's nicht? Erzähl's uns. David, warum? Schreib uns. Ne, das ist kein großer. Sagst du, warum? Ist egal. Du meinst, da wirkt es vordernder? Genau. Mit Russen, wie die Inkasso... Inkassobüro. Inkassobüro Moskau. Bezorgst du? Ja? Verstehst du? Das ist wieder zwölfisch. Verstehst du? Wobei das ja die hilfsbereitesten Leute sind. Das stimmt allerdings, wirklich. Das muss man wirklich sagen. Die kommen mit 20 Leuten an und fragen, ob du ein Problem hast. Oh, jetzt kriegen wir... Jetzt kriegen wir... Das ist wirklich so nett. Das stimmt allerdings. Also, muss man wirklich sagen. Egal, ob wir jetzt auch auf Türken oder Russen noch treffen in diesem Spiel, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal auf dem Mars. Auf dem Mars. Auf dem Mars. Auf dem Mars. Das wäre ein bisschen eklig. Äh... Und... Weiß ich, wer gerne auf jeden Mars wäre. Wäre das in Square gar nicht. Ja, die wäre da gern drauf. Na egal. Ob es das schafft, das können wir vielleicht schon im nächsten Teil sehen, man weiß es nicht. Im 12. Wir machen das dutzend voll hier mit Heavy Rain, liebe Freunde. Bis dahin sagen wir, liken, subscriben, kommentieren. Schaut euch die anderen Videos hier auf dem Kanal an. Zelda, Catherine und The Binding of Isaac. Wahrscheinlich immer noch. Rebirth, genau. Immer noch. Natürlich. Bis dahin, macht's gut. Bleibt nicht so schön und auf Wiedersehen. Tschüss.